Ich hätte jetzt mit dem Wort selber nichts anfangen können. Bitte? Dann übersetze mir dieses Wort. Ich konnte damit jetzt nichts anfangen. Agonie ist Leid. Ah, okay. Wo hast denn du gelitten? Ich muss den Koffer packen. Ich wollte gerade sagen, du hast wo gelitten, ja. Ah, da ist noch einer. Oh, guck mal. Die wollen alle mit uns spielen. Oh, ich komme. Oh, die machen richtig Aua. Weißt du, ich bin gerade fast gestorben. Was ist das hier? Ja, dein Prügelknabe war ja auch nicht da, deswegen... In der fiese Fresse. Achso, äh, tötet Knüppel Schänderschläger, alter. Nicht euer fucking Ernest hier. Ich bin sie. Okay. Musste das jetzt sein? Halt! Was? Ah, andere Richtung. Ja, ich... Manchmal gucke ich... Zu den blauen Jungs. Achso. Boah, schön. Lasershow. Boah, wir müssen hier rausholen. Ja, bei mir geht's gerade. Ich kann sie hier ganz gut halten, weil... ... sie hier relativ gut stunnen kann. So oft fahren die... ... äh, Dinger jetzt nicht durch mich durch, dass ich hier... ... in Probleme fange. Okay, sind down. Ich hab die anderen beim Springen geholt. Ah, okay. Super. Macht ja nichts. Und... ... Goldregen. Jawoll. Äh, wir müssen trotzdem hier längs. Guck mal, die unterhalten sich hier noch vehement. Denn sie wissen nicht, was hier passiert. Ah, von denen kommt sie das? Das ist endlich mal was anderes hier. Wie, was anderes? Ach, nichts. Ach, Schätzelein. Was machen wir nur mit dir? Äh, wir müssen hier runter. Hallo, Freunde. Was machen wir nur mit dir? Wieso? Also. Denk dran, den Schrott muss da auch noch einsammeln. Hallo. Zeug Jehovas. Alter. Die haben Wumpf. Okay. Ah, was Goldenes? Äh, nee. Lila. Nee. Lila. Aber der kippt genauso um wie alle anderen aus. Genau. Hast du gesehen? Nö. Kriegst du eigentlich das Zusatzgold auch? Wenn ich meinen Massaker rausfahre? Ja, du müsstest da halt den Trennwert eigentlich kriegen. Das war ja einfach. Na, mal hier nochmal die Finger ausputzen. Alter. Geh zurück in dein Feuerloch und lass es einfach. Die da hinten konnte sich jetzt noch nicht entscheiden, ob sie kommen will. Ne, wir gehen weiter, oder? Oder hast du was gekriegt? Ich habe ein paar Paddel gekriegt. Wie? Was? Ich habe Brust. Na, wir gehen jetzt zum nächsten Punkt, ne? Joa. Würde ich auch sagen. Wir sind ja fertig. Ja, das wäre... Das Hochland. Äh, theoretisch. Südliches, ja. Genau. Ja. Ja, also ich habe vorhin bei meinem Essen glaube ich leider 21 Punkte verballert, ey. Aber es war mir wert, ich hatte Appetit drauf. Ja, jetzt habe ich nur noch 8... Nur noch 8 Punkte. Ich habe aber auch keinen Hunger. Oh, das ist... Macht sich ganz gut. Nicht da rangehen! Na, kommst du. Kommst du raus, da? Ich weiß, dass du da... Ich habe... Ich habe mit den Weltmodden... Dann habe ich so mein... Mein persönliches Problem. Da werde ich zum Kammerjäger. So wie du es schon immer gesagt hattest. Na, dann können wir hier ja gleich noch die Truhe holen. Wenn du so ein Kammerjäger bist, kümmert dich mal unbedingt. Moin, Opa. Sind wir hier richtig? Ja, ja, sind wir auf jeden Fall. Sicher, ja? Ja, sicher sind wir hier sicher. Äh, richtig. Richtig sicher. Nicht sicher. Wir sind hier nicht sicher, wie sie sehen. Fiese Radierung. So, warte kurz aufstocken, bevor wir da an die gelben Kreise herantreten, um zu fragen, ob sie ein Problem haben. Äh, ja. Was muss bei dir aufgeladen werden? Ja. 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 Die will doch keiner haben. Die will echt keiner haben. Oh, wir haben Guards dabei. Wenn ich das... Oh ja, und duplizieren. Und haste nicht gesehen. Und erzweben. Diese... Einer liegt. Zwei liegen. Letzter down. Drei liegen. Ja, sauber. Machst du das Ding kaputt? Weischt gemacht. Ich sammle mir das hier noch ein. Okay. So. Mm, 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 mm. Die werden vor 70, wären die noch richtig übel gewesen. Ja. Die können dich richtig... Im Abenteuermodus auf jeden Fall. Die hätten es richtig ausgeregt. Ja, ich würde auch sagen, wir sammeln meine Paragon, dann wir schon noch ein Stückchen, bevor wir mit diesen Nephalem-Portalen anfangen. Ja. Den Rift, so zu sagen, was auch immer das ist. Aber ich weiß auch nicht, wie das in den Rifts ist, im Endeffekt, ob wir die auch nur zu zweit machen können, oder ob das immer so eine Fünfer-Konstellation sein muss wieder. Wie? Ach, muss? Nee, 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 stimmt. Die habe ich auch zu dritt gemacht, ja, stimmt. Räume zerhacken. Was lädt auf? Was lädt auf? Ich würde schon radieren dich. Ich meine. Oh, nice. Dankeschön. Das war gut. Ja, das macht Leute kaputt, ne? Ja, ja. Das ist beim Leveln und beim... Beim... Bei den Paragon-Stufen. Flipp. Ja, da kommt ein Baum. Zwei Bäume. Aber probiert sie mal hier schickes neues Höschen an. Ich mache sie kaputt. Ha, ha, ich habe nicht mein neues Höschen anprobiert, sondern ich habe die Punkte verteilt. Du Trifondel. Kann wohl nie wahr sein. Müssen wir da rin? Äh, nee, tötet die Kultisten, die die Monumente bewachen. Nö, okay. Warte mal kurz. Dann nicht mal zum nächsten. Ich habe ein neues Höschen. Was, was im Inventar? Na, dann gehen wir dein Höschen anprobieren. Nee, Schuhchen. Zalando war da. Wääääääää. Oh, ja. Und sie steht mit dem Brücken zum Spaß. Und Erdbeben. Und Zug und Macht und Tav und... Alter, nicht euer fucking Irne. Achtung, ganz viel rote Scheiße auf dem Boden. Und immer noch ganz viel rote Scheiße auf dem Boden. Und das explodiert. Und das tut weh. Und das tut weh. Und das tut weh. Und das tut weh. Und das tut immer noch weh. Und ich bin gleich im Arsch. Okay. Regeneriert. Tot. Genau. Und ein paar Heilsumkugeln. Ah. Ja, rechts steht wieder was Blaues. Achtung. So, und jetzt würde ich auch gerne nochmal gucken. Was haben wir hier gekriegt? Einen, einen Seltser. Ich kann schon wieder eine Hose austauschen. Das ist unglaublich. Jetzt hat sie zwei Sockel. Ah, okay. Zwei Sockel nehme ich gerne. Rechts ist was Blaues. Ja, gut. Das ist ja scheißegal. Die können hier ruhig mit rein kommen. Ja, das ist auch noch. Kacke. Nee, wo gerade ist auch noch eins. Vielleicht direkt, ne? Na, wir sollen ja auch fünf machen. Ja, nee, aber das hier zu dicht beieinander. Das hat mich jetzt verwundert. Okay, der ist aus den Latschen gekippt. Hier ist eine Truhe. Die Blauen umgehen wir. Warte, regenerieren kurz. Äh, was liegt hier? Ah, warte mal. Ich lauf hier mal kurz in Karagons Verlassen. Okay. Hier ist nichts mehr. Okay. Okay. Und... Party, Party, Party. Und Erdbeben. Und Erdbeben, habe ich gesagt. Äh, von den E-Fiesen. Oh, schön viele Heilpumöhen. Wer ist denn das von uns beiden? Weiß ich nicht. Wodurch entstehen die denn? Äh, passt an den Klamotten teilweise dran. Regeneriert die, oder erhöht die Chancen, eine Heilpumöhe zu bekommen, um so und so viel zu sehen. Ähm, muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, wer das von uns ist. Äh, jetzt... Äh, word. Da fehlt jetzt immer noch einer. Word. Word. Mal auf die Karte gucken. Ja, ich... Wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt... Pech haben, ist sie... Rechts oben. Wenn wir Pech haben, ist sie links unten. Warte mal. Ich glaube, ich bin das nicht. Äh... Mit den Kugeln. Äh, meine Hose, Stiefel, erhöht die Radius von Gold, Heilkugeln und Tränke, reduziert Kontrollverluste, wenn Feuerschaden erleidet, Primärressourcen wiederhergestellt, Fertigkeit abklingen, reduziert abklingen, nach Massaker erhaltet die Regen, den Goldregen vom Himmel, kritischer Schaden, Kältewiderstand, äh... Höchstens wegen dem erhöhten Radius. Das kann... Aber das glaube ich nicht. Arkan erhöht den Radius in Gold aufgesammelt. Oh, scheiße. Ja, bitte. Sagt man aber so auch nicht. Noch eine neue Hose. Da sind noch keine Sockel drin und die ist schon um das Dreifache besser. Geile Sache. So macht das Spaß. Da mach ich nachher dann erstmal Steilchen rein, dann wird's richtig lustig. Oder ich mach's jetzt, umso schneller geht's. Joa. Was? Ne, ich sagte ja, äh, ist okay, äh, ja, wo wollen wir jetzt hin, wo wollen wir jetzt, äh... Wir versuchen oben. Achtung! Boah! Der Trommler muss weg. Welcher von beiden? Da waren da zwei. Ich hab nur den einen. Und die Schamanen müssen auch weg. Könnt ihr mal bitte aufhören zu porten? Schätz die große Frage. Hier oben kommt... Wo ist der Idiotenkreis? Ja, das ist... Wenn man den mal braucht. Das ist Heilborn hoch. Das ist noch einer. Totem. Äh, hier müssen wir aber nicht hoch. Oder kann ich mir fast nicht vorstellen. Ne, weil da ist ja schon nicht mehr südliche Hochland. Das ist ja... Das ist ja eigentlich schon was anderes. Aua. Ich lauf mal ein Stück. Ja, ich hab's gesehen. Hast du gerade stehen lassen, ne? Ja. Lauf mal durch. Lauf mal weiter. Und zwar... Bin jetzt am Kreis angekommen. Ah, okay. Ich bring jetzt noch die ganzen anderen fiesen Gerätschaften. Wollte gerade sagen, äh... Komm mal mit. Ich hab da, glaube ich, was gesehen. Komm mal mit. Hier, da. Da, wo ich sein, Tüt. Was hast du gesehen? Tütü? Ich... Ich sagte Tüt. Hier muss man irgendwie reinkommen in dieses Ding. Da unten ist auch irgendwie so ein... Event oder irgend sowas, was man da starten kann. Vielleicht gibt es auch noch was. Ja, ist klar. Das ist jetzt nicht euer Ernst hier. Da muss ich hier irgendwie reinlaufen können. Äh... Ah, ja. Es war kein Event, es war ein Goldener. Okay. Zwei Goldene. Ah, okay. Ja, ein bisschen Herausforderung. Auf der Jagd nach dem Legendary. Der portet mich hin und her. Ich wette mir überhaupt nicht. Aber jetzt müsste es denn gleich nie vorbei sein. Vulkan ist down. Der zweite ist auch down. Ah, achso. Bier kaputt. Ist hier noch irgendwo eine Kiste oder sowas? Irgendwas war doch hier. Nö, ist nüchst. Außer... Trula Trulben Zeug. Nö, nüchst. Nö, ist nüchst. Ah, okay. Ähm... Ja, ne?